Yo, Servus liebe Soulslag-Freunde und herzlich Willkommen beim Dungeon Walkthrough von Elden Ring. Ja, in der letzten Folge haben wir uns ja das Totenwasser-Dorf angeschaut und heute schauen wir uns mal ein paar andere Ruinen an. Sind zwar nicht direkt Dungeons, aber diese Ruinen hier, nämlich, ja, wir befinden uns hier in Limgrave weiterhin, Ruinen eines Wegpunkts, die beherbergen einen Miniboss und einen NPC, der wiederum eine Nebenquest beherbergt. Deswegen ganz, ganz cool und wenn wir den NPC kennengelernt haben, werden wir den auch in einen anderen Mini-Dungeon mit einem anderen Miniboss wiedersehen. Also ganz cool, deswegen machen wir das jetzt. So, wenn wir einmal hier sind, ne, im Prinzip, ihr braucht nur hier über die Brücke reiten und reidet theoretisch direkt dran vorbei. Für das Dungeon hier empfehle ich euch neutralisierende Boli, ja, weil wir bekommen hier ein bisschen mit Gift zu tun. Vermutlich kennt ihr es auch schon, diese wunderschönen anzuschauenden Blumen, die aber extrem gefährlich sind. Die sind hier nämlich überall und den wird man eben nur so her, ja, weil die vergiften extrem viel. Ja, da sind sie. Das ist schon mal der erste Angriff von diesem großen Teil. Und jetzt müssen wir gucken, dass wir irgendwie erstmal die kleinen wegbekommen. Huch, ach, ich muss auch schon mal wieder reinkommen. So. Ach, hat natürlich das falsche Viech angeschossen, ja. Ich spiele momentan ziemlich viel Bolon und da ist die Steuerung komplett anders. Ja, also muss ich gucken, dass ich hier jetzt nicht alles komplett versauen tue. So, die ganzen kleinen Mistviecher hier. Da hinten läuft nur einer rum. Da. So, das sollte es erstmal gewesen sein. Wir springen hier wieder raus. Und jetzt gilt, zwei, drei harte Schläge drauf geben. So, wunderschön. Er geht in die Knie. Aber nicht lang. Scheiße. Genau, darum geht es, ja. Wir werden hier gnadenlos vergiftet. Aber wir machen im Prinzip mittlerweile genug Schaden, dass uns das Viech eigentlich nicht mehr viel anhaben kann. So, das war es im Grunde mit den Ruinen, ja. Sehr viel mehr Gegner kommen jetzt hier auch nicht. Wir können hier jede Menge Items aufsammeln. Hier mal Kisten zertrümmern. Da oben, ja, diesen Totenschädel. Da ist meistens eine goldene Rune drin. Stufe 1 allerdings nur. Mal schauen, ob wir da irgendwie wieder drankommen jetzt. So, irgendwo kann man hier hoch springen. Denn da oben ist auch noch ein Item. Richtig schön. Jump and Run, ja. Das wird alles nüchst. Wir springen von da oben. Da trofen. Sind hier noch Blue? Ja. Hallo. Also, die sind alle sehr, sehr klein. Und im Prinzip, wir gucken, ob wir einmal entweder so hochkommen oder ansonsten müssen wir uns wirklich von oben runterfallen lassen. Vielleicht können wir uns auch unser Pferdchen hier holen. Nein, geht selbstverständlich nicht. Das ist natürlich ärgerlich. Wir probieren es einmal so. Na. So blöd versteckt das Ding, ja. Oder versteckt ist es ja nicht, ja. So blöd zu erreichen. Deswegen reiten wir jetzt hier hoch. Spring vom Pferdchen runter, sammeln hier noch ein bisschen die Ruinfragmente auf. Und schauen mal, wo das Item ist. So, wo war es denn jetzt? Da drüben. So, und tausendprozentig springe ich daneben. Ja. Tausendprozentig. Ah, ne. Wunderschön. So. Trinas Lilie. Im Prinzip nichts Besonderes. Aber wir wollten es haben, ja. So, und wir sehen hier über meinen Kopf schon, da ist so ein Kellereingang. Und da drinnen ist nämlich dann schon der Miniboss. Also ein sehr, sehr kleines Dungeon. Ich würde es nicht mal Dungeon nennen. Aber es ist ultra wichtig, allein schon wegen der Nebenquest und wegen den NPC. Das ist nämlich ein Händler. Also, wir gehen hier rein. Jetzt kommt so ein dicker Kürbiskopf. Wir kennen ihn schon von der Brücke. Und, ja, im Prinzip hat er hier auch nicht sehr viel mehr drauf. Ja. Er ledert im Prinzip immer nur um sich rum. Hält auch nicht viel aus. Wir geben ihm einen Todesstoß. Und dann war es das mit ihm. Der ist ja cool. Ja. Sieht immer so einfach aus. Aber ich bin von der Stufe her einfach schon zu hoch hier. So. Und wir sehen, irgendwie führt uns das Leuchtfeuer-Ding. Achso, ja, hier ist es ja. Ähm, jedenfalls da in der Tür. Diese Tür öffnen wir. Keine Angst. Und hier ist ein NPC, den wir auf jeden Fall brauchen. So, und wir quatschen mal mit ihr. Tarnished, sind wir? Ich wundere, dass du hierher bist. Ich bin Selen, ein Sorcerer, ziemlich einfach. Warum bist du hier? Ah. Ein Yen für Glimstone Sorcerer. Ich versuche, dass deine Prognivität nicht weit von ideal ist. Oh, well, vielleicht Nurture wird die Natur definierst. Mit ein bisschen Glück. Aber man muss wählen, wenn man sich selbst wählen will. Ich bin aus der Akademie von Rea Lucaria. Als eine reviled, apostate Witch. Du wirst immer noch lernen, von mir zu lernen? Well, du bist ein Stück von Arbeit. Sehr gut. Du bist jetzt mein Proteger in Glimstone Sorcerer. Aber ich nöte Gott, oder cast kinder Worte. Never. Anticipate Grievancen. So, wir können jetzt bei ihr Zaubereien lernen, ja. Also richtig cool, wenn wir Schriftrollen haben. Und da haben wir auch schon ein paar. Können wir ihr Schriftrollen übergeben. Und damit bekommen wir mehr Zaubereien. Ach Quatsch, ja. So, die eine noch. Richtig cool. Und wenn wir jetzt hier gucken, haben wir hier ein paar richtig coole... Zaubereien. Also für mich als Nachkämpfer jetzt nix. Aber für die, die mit Zauberei hantieren, ist das hier was richtig cooles. Und wenn wir jetzt noch mit der Quatschen erzählen, erzählt sie noch ein bisschen was. Und dann sind wir hier auch durch mit den Ruinen des Wegpunkts. Oder Ruinen eines Wegpunkts. Ja, liebe Freunde, das war's. Im nächsten Video schauen wir uns eines meiner absoluten Hass-Mini-Dungeons an. Das ist richtig, richtig bescheiden. Befindet sich auch noch hier in Limgrave. Ist im Prinzip gar nicht so versteckt. Allerdings müssen wir hier einen Steinschwertschlüssel opfern. Also ihr werdet vielleicht schon wissen, um was es geht. Ich hasse dieses Dungeon. Aber das machen wir in der nächsten Folge. Also, wenn euch dieses Video hier gefallen hat, dann lasst doch mal einen Daumen nach oben da. Und ansonsten würde ich mich freuen, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder einschaltet. In diesem Sinne, macht es gut.